Soffa! Auf euren Befehl! Soffa! Verstanden! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen! Jawoll! Wie ihr wünscht! Oh, ich hab der Metzgerei gar nicht verboten zu arbeiten. So, aber den Bäcker könnten wir noch ausbauen. Also scheint sich hier alles zu normalisieren. Ich frag mich grad, wann das nächste Trebuchee ankommen wird. Schon unterwegs! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Wir haben ein Territorium eingenommen! Verstanden! Verstanden! Genauso wie ich mich grade frage, wann wir eigentlich endlich wieder Hafenbesuch kriegen. Äh, werden sie jetzt das Territorium einnehmen? Kommt, Schäfchen! Kommt, Schäfchen! Jawoll! Wie ihr wünscht! Kämpft weiter! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Ja, sie wollen das Territorium als nächstes einnehmen. Ei! Vorwärts! Stürmt los! Ein Außenposten wird angegriffen! Ein Territorium ging verloren! Ich hab aber Schäfchen. Gut. Ich hab aber Schäfchen. Schon unterwegs! Wir haben ein Territorium eingenommen! Sofort! Alles klar! Verstanden! Hallo! Hafenmeister! Ich brauch mehr Eisen! Jawoll! Ganz dringend! Ganz dringend! Wo ist mein... Ach da, ich hab mein... Auf dem Weg! Auf dem Weg! Ei! Jawoll! Verstanden! Ei! Sofort! Auf euren Befehl! Sofort! Ach, ich hab schon wieder Maximum erreicht. Ei! Verstanden! 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 Wie ihr befehlt! Erklimmt diesen Ball! Nehmt die Mauer rein! Na endlich kommt er! Das ist jetzt... 3 Das ist... Wie ihr würdet! Wett das Kampfen! Unsere Truppen werden angegriffen! Ein Trebuchet ist am Hafen angekommen. Wir müssen es abfangen, bevor es nach Jurat gelangt. Ein Territorium klingt verloren! Ein Außenposten wird angegriffen! Zum Angriff! Eine Militäreinheit wurde geschlagen! Es gibt kein Zurück! Eine Militäreinheit wurde geschlagen! Ein Kallen mit Ruhestoppen ist eingetroffen! Angriff! Alles klar! Zwei Feder! Schon unterwegs! Auf euren Befehl! So. Wenn wir das restliche Eisen, brauchen wir Einheiten. Aber keine Bogenschützen, sondern in erster Linie Schwertkämpfer. Wobei ich einfach große Lust hätte, jetzt wo die gegnerische Armee geschlagen ist. Alles klar. Verstanden. Also die grüne Armee geschlagen ist. Die Katapulte sollten unsere Feinde in Schach halten und ihnen einen Angriff deutlich erschweren. Die Ankunft unserer Verstärkung wird unsere Feinde in Schach halten. Dennoch sind wir nicht stark genug, ihnen im offenen Kampf die Stärke zu bieten. Vielleicht kann uns eine List weiterhelfen. Der Weg nach Amistan ist von einer Schlucht umgeben. Wir sollten uns dort einmal genauer umsehen. Ich setze die Segel bis zum nächsten Mal. Auf euren Befehl. Jawohl. Okay, was hätten wir denn? Fisch. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Jawohl. Das ist die Lösung. Diese Vorrichtung am Eingang der Schlucht lässt sich für einen Steinschlag nutzen. Wir werden den Weg unserer Feinde blockieren. Ein Karren wurde ausgesandt. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ich werde angegriffen. Auf euren Befehl. Ich werde angegriffen. Bleibt wachsam. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Angriff. Oh, da kommt der Angriff, der Gegnerische. Jawohl. Unser Dieb wurde entdeckt. Okay, taktische Rückschau. Schon unterwegs. Einer unserer Karren wurde abgefangen. Schon unterwegs. Wir sind nun bereit, den Steinschlag auszulösen. Wir sollten unseren Plan jetzt ausführen und den Steinschlag auslösen. Hoffen wir, dass unser Handeln den gewünschten Erfolg bringt. Rasch. Wir müssen uns beeilen. Auf euren Befehl. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. So können wir wenigstens mal rot aus dem Spiel nehmen. Wir werden angegriffen. Alles klar. Diese Barriere ist unüberwindbar. Karna's Krieger stellen keine Gefahr mehr für uns wahr. Wie ihr wünscht. Kaderstrucken können uns nichts mehr anhaben. Nun müssen wir uns den Verrätern aus Biurat stellen. Sofa! Oh, praktisch. Da ist genug. Alles klar. Ja, dich kann ich leider nicht nachrüsten. Alles klar. Auf euren Befehl. Alles klar. Ja, ihr müsst noch da unten bleiben. Oh, da kommt wieder ein Angriff, das... Alles klar. Nicht schön. Alles klar. Schon unterwegs. Auf die Mauern, Männer. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Mann, Mann. Eine Militäreinheit! Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Ein! Ein Trebuchet ist am Hafen angekommen. Wir müssen es abfangen, bevor es nach Biurat gelangt. Sehr gut! Die Trebuchets konnten ihren Bestimmungsort nicht erreichen. Sie stellen keine Gefahr mehr für uns dar. Unsere Truppen werden angegriffen. Okay, auch gut. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Jawohl! Ei! Verstanden. Alles klar. Alles klar. Verstanden. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, warum Elias so eine kratzige Stimme hat. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Bin nur froh, dass wir jetzt wieder Eisen haben. Ja, unsere Base beschützen, das ist kein Problem. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Können wir noch die Kirche ausbauen? Schon unterwegs. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal.